Ah ne Oh shit Von der Wind hat nen Verein einfach Oh ha Ja Oh oui Baguette Warum schreibe ich eigentlich mit denen im Team Ha bist du auch ein Franzose wa Nein ich Die sind bei mir im Team da stand dran Tim du Wichser ich hab grad getrunken Die haben mit mir im Team Ohne Witz da stand dran Ich hab mich jetzt wohl reingesaut man Ich hab mir ein Team Ja ich hör Warte Ohne Witz da stand ein Team dran wo die geschrieben haben bei mir Oh 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 Da hat er nicht jemals platziert In den Abstellraum hab ich den Gestalt ausgesehen Direkt geil Aber bei mir hat der Tim 5 Kills 10 Kills Ah nein 10 Kills Ab gehts Oh 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 Lorenz warum Warum hast du die Drohnen reingelassen Was Da ist überhaupt nichts reingelassen Doch da ist eine drin Ich hab grad eine reinfahren sehen Alter Ich laber doch nicht Sie war richtig am reinfahren Vor allem Warum machst du die Tür offen Warum machst du die Tür offen und machst du dann direkt wieder zu Ja damit jemand reinkommt hier Ich wäre hier raus Deswegen mach ich mal wieder auf hier Ah da ist ne Drohne Achtung die Gegner haben Sichtkontakt zu Geisel Wo ist die Wunschstunde Oh Halt 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 ich komm da nochmal rein Ja Ja dann wurde ich hier Hier eins Bei mir Wie viele Einer auf jeden Fall Moment Hier auf der Treppe sind zwei Tür von der Rekordiert Hier ist ein Schild Hier ist ein Schild Ah Ah Ja sch*** noch einer Lauf Da mein 50 Wo genau Ah da wo ich gestorben bin Da wo ich gewohnt hab Da wo ich gewohnt hab Ja ich bin down Das Thurman hat mich auch geholt Ach komm alter Moment mal da steht einer 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 Troops von mir Einer See Einer See Einer See Das Thurman hat mich halt auch geholt Mann das hat mich richtig angekotzt Hallo ich dem durch die Wand ewig lang rein und er gibt mir einen Encel Header Oh hoffentlich Komm wenn ich eine Hat jemand die Cam an die ich kontrolliere? Nö Boah mitten in die Fresse rein Das war nicht mein Headshot Links kommt ein Schild Daneben Naja nice try Tief Ja mit der Pumpe Lol das war doch kein Schild Mission gescheitert Eine Beratung Hatten die überhaupt ein Schild? Nein Ganz ruhig geht's Lorenz Schweigen die Tiere Schweigen die Tiere Schweigen die Tiere Wo kam der denn her? Von draußen Piepen Wurzeln Ich bin zufrieden Wurzeln 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 wie untermensch die geile das ist klar wie es kommt nur Kacke aus deinem Mund ich hab auch Kacke gedrückt weil das halt bald zuerst so was ist ja ich weiß deswegen sag ich ja Kacke oh ich hab sie ja Tatsache die sind irgendwie Konferenzraum ich hab die Geisel entdeckt ich bin als dritter in den Raum reingefahren ne ich war da eigentlich vor euch ne du bist, Lorenz ist direkt vor mir gefahren und der Russi war auch in dem Raum drin bevor ich drin war und ich hab die Geisel entdeckt geil alter kann ich jetzt hier malen? ich will hier malen können ja das ist voll scheiße, dass man nicht malen könnte 5 Sekunden geiler das war schon die Cam ja bei der Macht, bei der Macht der Liebe hey der Macht von Greyskye nein ich hab mir grad überlegt das Tor aufzusprengen alter fahr'n bisschen mehr Stil als auch oh fuck nicht da hinlaufen ja der sprengt schon so wo ist der nicht dahin? Ich hab gesmockt. Boah, das ist gutes Loch hier auf. Ich hab auf jeden Fall gesmockt. Ups, Alter. Was sind die denn überhaupt? Die sind im Konferenzraum immer noch. Alter! Boah! Hör doch auf! Wo sind die denn überhaupt? Muss ich sagen, wir von oben versuchen reinzugehen? Ich geh mal nach oben. Alter, das ist auf jeden Fall. Ich geh mal nach oben. Mein Herz. Fuck. Fuck. Ja, wir sind halt im Falschen oben. Wir müssen dann noch rüber zum Tim. Hä? Warum seid ihr nicht einfach... Achtung, links von dir? Ne. Ah, ne. Oh shit. Ich hab's gesehen. Hallo. Warte. Ich hab noch Sprengzeug. Boah! Boah! Oh shit, da war einer! Hey, wo? Wo war'n der? Ja. Das ist mir wieder so typisch, denn du blöde Haas, Alter. Du machst dich ja auch nicht. Du grenznern. In dem Schacht drin ist der Lappen. Ja, okay. Von allen Seiten. Alter, die schießen von allen Seiten hier. Was ist denn los? Du bist so ein Penner, Alter. Ich... Fallen hier von allen Seiten auf mich. Hilfe. Ja, ich bin tot. Steh da so und guck dir doch so an, der hört auf dein Weg. Ich lenke die halt übel von hinten ab und keiner macht was. Verschluss. Ihr seid tot, Mann. Ja, ihr seid Noobs. Alles Noobs. Du bist Vollletzter, Alter. Wartung. Ich bin nicht Letzter, also alles Noobs. Der läuft da gleich rein. Darling. Uwe, pass auf! Uwe, pass auf! Ich bin nicht... Achtung, Bärenfalle, 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 Bärenfalle! Oh, Alter, mein Herz. Da rechts liegt übrigens auch eine Bärenfalle. Pack doch, da links. Aaaaah. Aaaaah. Ja, da die Krippchen. Und Dollar. Bei einem Dollar. Por favor. Tequila, Tequila. Aaaaah. Un Dollar. Du Dollar. Aaaaah. Ich spiel jetzt mal Kapkan. Ich hab keinen Bock auf Kapkan. Wäh! Mach! Ich spiel jetzt Kapkan. Ich hab keinen Bock auf Kapkan. Ich spiel Smoke. Ja, ich weiß nicht, wen ich nehmen soll. Oh, das ist ein guter Verteidiger, hab ich gehört. Ich hab vorhin mit der Hanker gelehrt, das war geil. Einfach unter dem Arsch der Weltkrieg, das ist toll und der mitgemacht. Türbarrikabel wird der rechte, ich verstärke die Wand. Oh, da kommt eine Drohne, eine Drohne, oh mein Gott, eine Drohne. Wo kommt eine Drohne? Oh, Treffer. Mal, man Störzende hat zehn Punkte. Bei irgendeinem Störzende ist eine Drohne hängen geblieben. Ja, sie ist grad hier. Mach dir da auch wieder zu, damit da keine Drohne rein kann. Gleich, gleich. Ich muss halt wieder aufmachen, wenn der rauswirft. Die haben Sichtkontakt zur Geisel? WTF? Ich bin im echt scheiß richtigen Raum hier drin, muss ich sagen. Einer von euch muss mir ansagen, Lorenz, du musst mir sagen, wenn die Leute hier durchkommen. Was, wo? Nee, in diesem Gang, hau aus hier. Geh weg. Ich will meine Drohne wieder haben. Hier geht was hoch, wenn man darf. Ich bin gestohlen. Ich verstecke die Wand! Ich verstecke die Wand! Ich verstecke die Wand! Was? Lappe doch nicht! Ich bin da, Alter, dieser Bastard. Boah, ja genau. Der Cheatet, hundert Prozent. Der Blitz? Nee, der Firmat. WTF? Ich saß im Eck und der hat mich... Guck mal, wo ich saß. Guck mal, wo meine Leiche liegt. Der hat mir nen Headshot gegeben. Auf das Fenster. WTF? Wie konnte er mir die... Wie konnte er mir von da... Schnapp die Bärenfalle zu, ha? Ja, jetzt schnapp die Bärenfalle zu. Pass auf. Drei, zwei, ein, Schild down. Oh ne, der hat's gecheckt. Oh ne, der hat's gecheckt. Oh ne, der hat's gecheckt. Stell dir vor, das Ding bleibt jetzt einfach an dem Klim. Boom! Mission gescheitert. Ja, der hätte den Schild sogar damit gekillt. Nice, 0-3. Yeah! Ja! Wir haben noch keins 0-3 verloren heute. Er ist der erste Sitz, wo Lorenz dabei ist. Ich kann auch wieder gehen. Hä, ich weiß jetzt, wieviel hast du heute schon gemacht? Sag nicht eins. 2. Nein, wieviel haben wir schon gespielt davor? 3. Gute 4. Pfff... 1. 2.